hallo und herzlich willkommen ich bin der max und heute gibt es mal wieder ein video hier auf meinem kanal ja es ist in den letzten wochen etwas ruhiger gewesen ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel das hatte einfach persönliche und berufliche gründe nein eigentlich hatte ich überhaupt gar kein bocken video zu machen und ich wusste auch eigentlich gar nicht was ich für ein video machen sollte aber ist ja auch egal ich hoffe ihr freut euch dass es wieder mal ein bisschen material von mir gibt und ich freue mich natürlich wenn ihr mir zuschaut und fleißig auch daumen da lasst wenn euch das video gefällt also ihr müsst es dann natürlich schon jetzt ein bisschen weiter gucken nicht jetzt gleich wieder abschalten wäre quatsch heute soll es um battlefield gehen und im hintergrund seht ihr ein von mir erspieltes gameplay auf der dragon valley ja battlefield 4 dragon valley für mich die beste karte in battlefield 4 und ich würde mich sogar zu der aussage hinreißen lassen dass es die einzige battlefield karte in battlefield 4 ist warum ich dieser meinung bin dazu könnte ich vielleicht noch mal ein video machen wenn ihr wollt wenn ihr so ein video sehen wollt wenn ihr wissen wollt warum ich das so denke dann schreibt mir einfach in die kommentare ich habe das gameplay mit meinem kumpel montrey erspielt und wie gesagt diese map ist auch eine der gründe warum ich wieder battlefield 4 spiele so darum soll es heute aber gar nicht gehen denn heute morgen bin ich aufgewacht und habe mein bett mit dem smartphone so ein bisschen im internet gesurft und dann schließe ich auf die seite bf series übrigens eine sehr zu empfehlende seite zu battlefield eine tolle fan seite wo tolle berichte toll geschriebene artikel zu finden sind also wenn ihr battlefield fans seid dann schaut einfach mal auf die seite ich verlinke euch das auf alle fälle auch unter dem video auf der seite gab es heute morgen einfach ein paar infos und zwar angeblich geleakte informationen zu einem kommenden battlefield also einem battlefield 5 oder möglicherweise einem neuen ableger der serie dazu aber gleich noch also grundsätzlich diese informationen sind ja vielleicht war oder auch nicht waren könnte alles ein fake sein ich kann euch dazu jetzt nicht so viel sagen und das werde ich auch nicht beurteilen grundsätzlich aber ist da schon was dran die informationen als quelle stammt von bf bulletin und bf bulletin ist ja schon des öfteren durch diverse informationen ja geliebte informationen bekannt gewesen das neue battlefield soll angeblich laut einem spiel tester in der zukunft spielen also ein nachfolger des großartigen also wirklich guten spiels battlefield 2142 sein also ein kommendes battlefield 2143 ob das so ist gesagt kann ich nicht bestätigen das bleibt halt abzuwarten diese informationen stammen halt von einer person die angibt als spiel tester bei dies gespielt zu haben und ich muss sagen es gibt natürlich auch einige hinweise im aktuellen battlefield 4 die ja in die richtung gehen also es gibt auf einigen maps ja diese kisten wo dann also ein aufdruck ist mit 2143 oder natürlich auch das phantom programm was halt schon so ein bisschen irgendwie zukunftsmäßig angesiedelt ist mit irgendwelchen ja räumen die halt schon sehr futuristisch aussehen außerdem gibt es natürlich das dlc final stand in dem zum beispiel schwebepanzer zur verfügung stehen oder auch die bekannte railgang aus battlefield 2142 das sind also schon hinweise auf ein möglichst zukünftiges setting von battlefield ob das so stimmt wie gesagt weiß ich nicht grundsätzlich bin ich auch nicht so ein fan von futuristischen geschichten denn das wird ja mittlerweile von call of duty schon ausreichend bedient ich bin aber langsam auch einfach müde was dieses moderne setup angeht also damit aktuellen waffen system ich hätte eigentlich am liebsten ein battlefield 5 in einem weltkriegs setting also eher so ein zweiter weltkrieg das wäre mal wieder was für mich einfach weil mich dieser overkill an waffen und anbauteilen und diesen ganzen gadgets einfach so ein bisschen nervt halt jeder hat irgendwie tausend sachen dabei also jede klasse mittlerweile ist ein super soldat der aber dann trotzdem in irgendwelchen steinen oder zäunen hängen bleibt aber grundsätzlich ist es natürlich erst mal fraglich was ein persönlich für ein setting gefällt also das muss man halt für sich selbst entscheiden es gab auch schon so aussagen dass jemand behauptete das neue battlefield würde im ersten weltkrieg spielen und da bin ich dann nun gar kein fan von denn ja größtenteils war der erste weltkrieg ein grabenkrieg und wenn man sich die schlachtfelder dann so anschaut das war halt einfach nur noch eine mondlandschaft in dreck und matsch und ich sag mal ja wem das gefällt der kann sich dann bei steam das spiel installieren alle infos zu diesem league sozusagen die poste ich euch auch und das video also ihr findet dann die links zu bf series und bf bulletin dann auch unter meinem video dann könnt ihr euch da vielleicht selbst noch mal ein bild dazu machen angeblich soll eine beta schon im august starten und ja da bin ich dann halt mal gespannt erst mal sollte man sich das natürlich anschauen bevor man so ein spiel beurteilt aber grundsätzlich bin ich da eher so gemischter gefühle was ein zukunftssetting angeht hinweise gibt es genug im battlefield 4 es wäre also schon irgendwie ja sinnvoll kann halt sein kann aber auch sein dass die entwickler uns einfach nur ein bisschen trollen wollen ja wäre ja auch nicht das erste mal ja mich würde jetzt eigentlich noch interessieren was ihr davon haltet also was hältst du persönlich von diesen geliebten informationen ja schau es dir einfach mal schau es dir einfach mal an und was würde dich für ein setting interessieren ja ich hatte ja schon auf meiner facebook seite gefragt da waren auch einige leute dabei die sagten ja so zwei der weltkrieg wäre schön das würde mich mal interessieren also was für ein setting würde dir gefallen und gibt es vielleicht auch features wo du sagst das wäre cool wenn das in kommenden battlefield zu finden wäre oder vielleicht gibt es auch features im aktuellen battlefield spiel die dir nicht so gut gefallen wo du sagst das ist mir too much und so eine sachen brauchte ich jetzt nicht dringend in einem kommenden spiel also das sind so sachen das kannst du mir mal in die die kommentare schreiben das würde mich interessieren und vielleicht kann man dann auch noch mal ein video dazu machen ich sage erstmal danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr mir wie gesagt einen daumen nach oben da lasst und ansonsten sage ich tschüss cheerio und noch ein schönes wochenende und jetzt trinke erstmal schluck kaffee jetzt war es schon wieder kalt hier von den ganzen hier laber ist blöd wenn man so viel wind macht so ja also haut rein macht's gut und bis bald ist